Vielen Dank, Julia, für diese Infos. Also zum Thema Mehrweg haben wir auch online alles Wichtige zusammengestellt für Sie. Wie das neue Mehrweg-Gesetz funktioniert und wie man Verpackungsmüll vermeidet, das finden Sie bei brisant.de. Warum läuft Hollywood-Ikone Jane Fonda eigentlich Football-Star Tom Brady hinterher? Und wie gut versteht sich das brandneue Filmehepaar von In aller Freundschaft Privat? All das und mehr jetzt in brisant. Ja, er ist nicht nur ein echter Optimist sozusagen, sondern auch ein Vollblut-Entertainer. Bürgerlas Dietrich kann singen, schauspielen, tanzen und notfalls alles gleichzeitig. Dass das ein Ergebnis harter Arbeit ist, muss man vielleicht nicht extra betonen. Der gebürtiger Potsdamer hat sogar eine klassische Ballettausbildung. Und morgen wird Bürgerlas Dietrich 50 und sexy kann er immer noch und wie.